Eingehende Nachricht. Wir erhalten eine neue Direktive. Bericht aus Sektor 176. Wir haben vor kurzem zwei Schiffe der Föderation eingenommen. Die USS Danvers und die USS Tonovander. An ihren Hüllen befinden sich Reste von Tachyon-Partikeln. Wir müssen diese Schiffe auf Kurs zur Nexus 4288 bringen, da sie dort vollständig zerlegt und analysiert werden können. Wir müssen die Position der Nebel mit den Tachyon-Partikeln orten, wenn wir das Transforptor reaktivieren wollen. Diese Schiffe dürfen nicht zerstört werden. Information erhalten. Gehen nach Anweisungen vor. Amalermittwoch mit dem Fang der Woche. Wir müssen die zwei Föderationsschiffe, die Prototypen sichern für unsere geliebte Borgkönigin. Fürs Kollektiv. Gut, die beiden Prototypen dürfen nicht zerstört werden. Ach, ihr kennt das ja. So, wir ziehen hier unten erstmal die Föderationsschiffe zusammen. Wir werden uns flügen. Wir gehen mit Räufig auf dem Weg. Wir sind die Borg. So, das wird meine Flotte Null. Flotte Null soll sich nicht schweigen. Soll sich hier unten reinbegeben. Anders, die Reparaturschiffe, die kriegen volle Autonomie. Die sollen ja reparieren. Und das hier wird meine Speerspitze, meine Verteidigung. Die dürfen wir ja nicht bewegen. Hier muss man auffassen, dass man uns einschränkt von der Beweglichkeit. Ansonsten haben wir nämlich das Problem, die fliegen auch gerne mal quer auf die Karte allen hinterher. Hier oben. Geben wir uns jetzt aus. Zu Befehl. Ihr seht oben, wir haben Ressourcenknappheit. Und das nicht zu knapp. Das heißt, wir werden hier Verarbeitungsknoten bauen. Verschädigt. Wir dienen dem Projektiv. Ja, hier kommt die Spezies 847-2 schon angeschissen. Mit denen werden wir nur abrechnen. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Erstmal muss die Ressourcenproduktion sichergestellt sein. Und dann können wir weiteres angehen. Stationsbau abgeschlossen. So, die Produktionsstätte steht. Jetzt kommen hier nochmal zwei... ...Zu erhalten. ...Faser-Geschütztürme. Der Phaser. Schützbau begonnen. Bauen drei Ressourcen-Kollektionen. Die werden wir noch brauchen. Aktivieren alle Alkohlen. Ein bisschen zurück, meine Freunde. Ein bisschen zurück. Wir werden uns anpassen. Begegnet Angriff. Na, gucke mal einer hier. Na, gucke mal einer hier. Begegnet Angriff. Was haben wir denn da? Ein Transmuter. Ein Transmuter. Alles zur Zerstörung freigegeben. So, wie sieht's mit Schiffen aus? Die ersten zwei haben wir. Und dich setzen wir auf den Planeten an für mehr Metalle. Die werden wir nachher noch umwandeln. Das kommen wir dann später. Das Geschütz haben wir. Nächster Geschütz. Jetzt kommt hier oben... Schützbau begonnen. ...noch ein Assembler. ...unzureichende Ressourcen. Oh, ein Eimer Delizium. ...eimer Delizium fehlte. Zu Befehl. Also, Assimilation kann man sich in der Mission sparen. Zu Befehl. 8472 kann man nicht assimilieren. Die geben ziemlich beschissene Drohnen ab. Unnötiger Standort. Weil man so eine Tod kriegt. Ziel erhalten. So, wir haben unseren nächsten Assembler. Das Kollektiv wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Dann gibt es jetzt hier oben eine schöne Produktionsmatrix. Produktionsmatrix-Forschung mache ich alles hier oben. Das dauert noch ein bisschen. Oh, was von hier unten ankommt, das wird wenigstens von den drei Geschützen schon mal ein bisschen behakt. Es ist jetzt nicht die Superwaffe. Also, damit werden wir jetzt nicht die Welt umkrempeln. Aber, ne? Immer ein bisschen Schaden machen. Und alles, womit ich meine Schiffe unterstützen kann, ist es mir wert, gebaut zu werden. Das bauen wir hier hin. Jetzt bauen wir unsere Forschung auf, dass wir auch bessere Schiffe bauen können. Wir werden die erste Flotte erstmal verstärken. Ich habe vergessen, die Sphären kann ich ja erst bauen, wenn ich das fertig habe. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Also, meine, ähm... Hauptschlotte wird bestehen aus Sphären und... ...huben. Dann werden wir noch eine haben. Das Kollektiv muss wachsen. Ein bisschen Distanzbums. Ach, guck mal, die Förderation. Reparaturschiffe machen ihre Arbeit. Machen ihre Arbeit, das ist sehr gut. Sortieren mal ein bisschen um. Die Kugeln können ruhig ein bisschen weiter nach vorne. Mit den Reparaturschiffen mittendrin müssten die eigentlich alle Angriffe sehr gut abwehren können. Das Kollektiv muss wachsen. Ziel erhalten. Ach, wie lange dauert das denn noch? Nicht als mir das Sphären ist es angegriffen. Also meistens sind die Angriffe relativ klein. Ab und zu zwischendurch kommen dann auch mal größere. Aber... Jetzt kann man eigentlich alles abwehren. Das ist auch begonnen. Das Kollektiv muss wachsen. So, die nächste Station haben wir. Jetzt gibt es einen Technologieknoten. Die Regeneration der Sphären werden wir schon mal bauen. Schiffsbau begonnen. Kolonieschiff werden wir bauen, dass wir Drohnen gewinnen können auf dem Planeten. Schiffsbau abgeschlossen. Das läuft alles hier unten. Die Verteidigung steht auch noch tadellos. Zu Befehl. Ganz ruhig ein weiteres Geschütz bauen. Schiffsbau abgeschlossen. Wir geben uns zum Gitter. Auch noch da runter meine Freunde. Kommt, ihr könnt eure Fähigkeiten frei einsetzen. Schiffsbau abgeschlossen. Und da haben wir das Kolonieschiff. Zusätzliche Technologien erworben. Ich bin begeistert. Hier gibt es noch etwas Geschützt. Wir bauen dann hier auch noch und hier ein Geschütz, damit rundherum Geschütze sind. Wie gesagt, die sind nicht eigentlich... Die sollen den Gegnern kurz beschäftigen, bis ich die Flotte ranführen kann. Stationsbau abgeschlossen. Und sind halt billig. Ach, ein Traum. Ein Traum, wie das hier unten klappt. Stationsbau abgeschlossen. Aktivieren alle Alkohol. Assimilation des Planeten begonnen. So, jetzt können wir Schiffserweiterung bauen. Ist ja auch noch wichtig. Wir werden hier jetzt noch das Geschütz bauen. Dann werden wir ein Recyclingcenter bauen, dass wir Metall umwandeln können. Stationsbau begonnen. Das Kollektiv muss wachsen. So, Drohnen sind dann gleich auch nicht mehr unser Riesenproblem. Das Kollektiv muss wachsen. Assimilation des Planeten abgeschlossen. So will ich das hören. Ist ganz eine Reparatur und wir verstecken dich dann irgendwo. Wir haben den Planeten. Das heißt, der Drohnen-Nachwuchs ist jetzt auch schon mal gestärkt. Aktivieren alle Alkoholen. So, jetzt können wir aber ja den Recycler. Ziel erhalten. Das Kollektiv muss wachsen. Das Kollektiv muss wachsen. Zusätzliche Technologien werden erforscht. Habinger, die will ich hier eine zweite Flotte packen. Das ist mal eine Distanzwaffe. Wenn wir eine gegnerische Basis entdecken oder... Stationsbau begonnen. Geschütze. Wir dienen dem Kollektiv. Wir können aber jetzt schon mal anfangen, hier unten uns umzusehen. Schiffsbau abgeschlossen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Na, wie oft ich das in dem Spiel schon gehört habe. Wir dienen dem Kollektiv. Zu Befehl. Schiffsbau begonnen. Oh, fliegen aber alle tapfer rein, auch wenn Platz ist. Zu Befehl. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. So, hier pflügen wir mal einfach so durch. Schiffsbau abgeschlossen. Unzureichende Ressourcen. Assimilieren das Schiff. Sag mal, wenn sie hier den Assimilator ausschalten. Naja, ist halt ärgerlich. Ist aber so. Kann man nichts gegen machen. Aktivieren alle Alkohol. Wo gehobelt wird, ne? Das Kollektiv muss wachsen. Wir dienen dem Kollektiv. Ach, guck mal hier. Wir werden uns anpassen. Unzureichende Ressourcen. Erwarten neue Ziele. Gegeben uns zum Sektor. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Wir werden mal die Schiffe hier sammeln. Schiffsbau begonnen. Nun sind wir in der Lage, die Schiffe der Föderation zu zerlegen und zu analysieren. Sehr schön. Die Assimilierte Spezies wird angegriffen. Wir können dort nicht nur die Schiffe zerlegen. Wir können auch Metall in die Lithium umwandeln. Schiffsbau abgeschlossen. Wir dienen dem Kollektiv. Erwarten neue Ziele. Das Kollektiv muss wachsen. Ja, guck mal. Die sind durchgebrochen. Schiffsbau abgeschlossen. Das Kollektiv wird angegriffen. Zu Befehl. Wir gehen uns zum Gitter. Zusätzliche Technologien erworben. Das sind die einfach an meiner ersten Verteidigungslinie vorbeigeflogen. Es ist ein Skandal. Schiffsbau begonnen. Skandal, der aber nicht lange dauert. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Bestätigt. So, jetzt können wir bald Kuben bauen. Wir sind die Borg. Schiffsbau abgeschlossen. Assimilieren das Schiff. Stationsbau begonnen. So, jetzt wollen wir die hier noch platt machen. Schiffsbau abgeschlossen. Das ist halt eine der stärkeren Angriffswellen gewesen. Aber auch nichts, womit wir nicht klarkommen würden. Warum können wir jetzt auch Torpedogeschütze bauen? Wir werden uns flügen. Aktivieren alle Alkohol. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Schiffsbau begonnen. Ich brauche noch ein paar Habinger. Unwürdiger Standort. Das Kollektiv muss wachsen. Nee, das wollte ich nicht bauen. Schiffsbau abgeschlossen. Wir werden uns flügen. Das Kollektiv wird angegriffen. Aktivieren alle Alkohol. Ei, 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 ei. Auf dem Weg. Zu Befehl. Wir dienen dem Kollektiv. So, jetzt wollen wir aber wirklich hier unten alles abfangen. Warum sagt man es? Kommen die nächsten. Schiffsbau begonnen. Dafür rufe ich jetzt aber keinen Schiff zurück. Deshalb nehme ich. Wir bauen jetzt hier noch ein, zwei Torpedogeschütze hin. Und dann ist die Linie hinten sicher. Und alles, was hier rauskommt, müssen wir direkt abfangen. Schiffsbau abgeschlossen. Unzureichende Ressourcen. Uns fehlt die Lithium. Schiffsbau begonnen. Stationsbau abgeschlossen. Ach, endlich können wir Kuben bauen. Unzureichende Dronen. Zwei normale Kuben. Unten haben wir einen I-Verteidiger. Stationsbau abgeschlossen. Jetzt fehlen uns halt Drohnen, aber da müssen wir halt einen Moment Geduld haben. Wir dienen dem Kollektiv. Das Kollektiv muss wachsen. Wieso will ich immer verbesserte Produktionsmatrix bauen? Unwürdiger Standort. Bestätigt. Stationsbau begonnen. Erwarten neue Ziele. Ziel erfasst. Wir werden uns flügen. Schiffsbau begonnen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Nicht assimilierte Schiffsbücher. Ach, das ist ja kein Gegner für uns. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. So, wieder alle runter. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Sobald wir hier unten auch ein, zwei Torpedo-Geschütze gebaut haben, werden wir da dann durch das Wurmloch dringen und die andere Seite erkunden. Es fehlen ja momentan eh noch Ressourcen. Schiffsbau abgeschlossen. Unzureichende Drohnen. Zusätzliche Technologien werden erforscht. Ja, und hier ist jetzt wichtig, dass wir auch unsere Schiffe verbessern. Gerade Verteidigung. Aktivieren alle Alkoven. So, das zweite Torpedo-Geschütze haben wir gleich. Stationsbau abgeschlossen. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Schiffsbau begonnen. Das gibt es nicht. Aus dem Weg. Wir dienen dem Projektiv. Aus dem Weg. Wir sind die Baut. Verlegen Position. Assembler verloren. Es sei ein Elend. Schiffsbau abgeschlossen. Unzureichende Drohnen. Wir sind die Baut. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Es war jetzt kein super Erfolg. Das Problem war, dass die halt einfach an mir vorbeigeflogen sind. Und nicht den Kampf gesucht haben. Aber 8472, so kennen wir sie. Feige. Feige. Einfach nur. Feige. Schiffsbau begonnen. Wir geben uns zum Gitter. Erstmal zur Reparatur. Zusätzliche Technologien erworben. Euch auch. Wir sind die Echte einfach durchgeflogen. Wir sind die Echte einfach durchgeflogen. Gut, da müssen wir hier oben doch noch für... Und wieder will ich das Falsche bauen. Müssen wir hier oben doch noch für ein bisschen Verteidigung sorgen. Ja, es kann jetzt halt alles ein bisschen dauern. Da wir keine Drohnen haben. So, wir machen unsere Flotten gerade schon bereit. Wir sind noch nicht stark genug, um durch das Wurmloch hindurch zu gehen. Aber wir werden jetzt erstmal die Flotten weiter verstärken. Wir haben sie direkt davor positioniert. Wir haben hier oben die Verteidigung nochmal ein bisschen gestärkt. Ich habe hier den Ressourcenabbau nochmal ein bisschen ausgebaut. Mit mehr Metallgewinnung. Schiffsbau abgeschlossen. Unzureichende Drohnen. Großes Problem sind noch die Drohnen. Das wollen wir aber auch bald angehen. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Schiffsbau begonnen. So, jetzt wird nämlich hier alles, was rauskommt, direkt beschossen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Erwarten neue Ziele. Schiffsbau abgeschossen. Unzureichende Drohnen. Ja, die Meldung kommt jetzt häufiger, weil ich schon eine Produktionskette aufgebaut habe. Zu Befehl. Stationsbau abgeschlossen. Wir geben uns zum Gitter. Schiffsbau begonnen. Wir warten auch noch drei Kugeln drauf, fertiggestellt zu werden. Zu Befehl. Schiffsbau abgeschlossen. Zu Befehl. Ich sehe gerade, ich brauche eh nur noch zwei davon. Kann sich nur noch um Jahrzehnte handeln. Wir dienen im Korrektiv. Ach komm, wir gucken mal rein. Wir sind die Borg. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Aktivieren alle Alkoholen. Schiffsbau begonnen. Irgendwann müssen wir eh durch. Wir werden uns nachher. Da können wir das auch gleich machen. Ja, guck mal, da kommen sie doch. Sie wollen's, sie wollen's. 8472, ihr seid erbärmlich. Wir sind die Borg. Aber wir ziehen unsere erste Flotte mal ein bisschen zurück. Wir geben uns zum Sektor. Wir werden uns anpassen. Schiffsbau abgeschlossen. Unzureichende Drohnen. Und mit euch werden wir schön die Basis zerlegen. Zu Befehl. Wir geben uns zum Gitter. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Wir werden uns fliegen. Ach, da haben wir doch gleich was zum Assimilieren. Es war begonnen. Wir geben uns zum Gitter. Auf dem Weg. Unzureichende Ressourcen. Wir geben uns zum Gitter. Zu Befehl. Zu Befehl. Beginnen Angriff. Zu Befehl. Wir gehen mal ein bisschen offensiver vor. Wir sind die Borg. Greifen Ziel an. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Wir sind die Borg. Warum zurückhalten? Wir haben auch... Es wäre halt Ressourcenschonender gewesen. Hätte ich jetzt aus der Distanz erstmal in aller Ruhe. Aber... Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Wir haben es doch. Wir haben es doch. Dann können wir jetzt nämlich auch... Verlegen Position. Die Schiffe hier runterbringen. Die zwei Kugen führen wir schon mal nach. Wir führen uns zum Gitter. Aktivieren alle Alkohol. Aktivieren alle Alkohol. Hier den Wandler noch weg. Ah, sehr schön. Wir werden uns anpassen. So bleibt ihr hängen. Zu Befehl. Ziel erhalten. Eieieieiei. Wir werden uns anpassen. Das würde ich schon fast als Feigheit vom Feind werden. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Begebe uns zum Gitter. Auf dem Weg. Ungültiges Ziel. Remodulieren Schilde. Greifen Ziel an. So, wir machen den Weg frei. Wir sind die Borg. Begebe uns zum Gitter. Wir werden uns flügen. Auf dem Weg. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Äh, jetzt können wir auch mal... Schiffsbau begonnen. ...bei Detektoren bauen. Ich will nur die Karte komplett ausdecken. Schiffsbau abgeschlossen. Brauchen wir das jetzt noch? Nee. Ungültiges Ziel. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Zu Gefehl. Zu Gefehl. Das Kollektiv muss wachsen. So, jetzt führen wir die zwei Flotten hoch, weil der Weg ja sicher ist. Das Kollektiv muss wachsen. Assimilation des Planeten begonnen. Jetzt holen wir uns den Planeten. Wir dienen dem Kollektiv. Begegeben Angriff. Das Kollektiv muss wachsen. Zu Gefehl. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Da baue ich extra Detektoren und setze gar nicht ein. Auf dem Weg. Wir dienen dem Kollektiv. Das Kollektiv muss wachsen. Das Kollektiv muss wachsen. Erwarten neue Ziele. Wir sind die Borg. Ja, die Verteidiger unserer Föderationsstufe schicke ich natürlich mit zurück. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Erwarten neue Direktive. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Assimilation des Larierten abgeschlossen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ach, gucke mal da. Gucke mal da, wer sich da versteckt hat. Das Kollektiv muss wachsen. Unzureichende Ressourcen in diesem Gitter. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. So. Auf dem Weg. Nicht assimilierte Schicksalge sind angegriffen. Das haben wir weg. Aktivieren alle Alkoholen. Ziel erhalten. Verlegen Position. Ja, jetzt müssen wir nur hoch zum Nexus. Da haben wir es. Guck mal, hier unten wären nur noch zwei Geschütze. Exzellent. Die eingenommenen Schiffe sind auf Monarchus. Die Direktive soll fortgeführt werden. Zerlegung und Analyse initiieren. Ja, damit haben wir diese Missionen. Der Fang der Woche. Beschlossen. Gut, eigentlich nur der Fang. Aber es ist halt Armada Mittwoch. Da darf ich das. Ja, wir sehen uns mit Star Trek Armada 2 am nächsten Mittwoch wieder. Ansonsten verfolgt doch auch meine anderen Sachen. Was so kommt. Montags zum Beispiel. Star Trek. 25th Anniversary. Ja, da gibt es jeden Montag eine Episode. Und lass doch mal einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ich sage bis dahin. Lebt lange und im Frieden. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.